Ja, 173 Na, was kommt? Ja, Nick natürlich, ist klar Na, der hatte auch schon einen Tink davor immer zerstört Ja Na ja, gut Na ja, weil du die mal angelockt hast, ne? Obwohl zweifachen... Twitchjäger! Du? Ach ja, du hast mir auch geholfen Ne, die Facts sind weg, die anderen Beinen Ja, ist ja egal Zumindest haben diese schon mal geheilt Ja Und ich taue mir das andere Wow Nee Das Das ist sowas Das haben wir sowas Wollen wir mal so viel Was gibt's denn hier? Nicht wirklich viel Das Konzert Komm, wir gehen auf ein Konzert Ach nee, sind schon alle vorbei, oh sorry Bist du ready? Ich muss das mal nachladen Ach so Ich weiß gar nicht, ich nehm Shotgun diesmal So Obwohl ja, Shotgun ist eigentlich recht gut Nur die hat zu wenig Schuss, wenn ich Nimm die hier, lieber Mit den Spitzen Mit den Spitzen Sportieren Whistling Ox, oh nein Nein Und das ist doch, du kriegst mich, oder? Als Kind Ich bin das Mist, wie ihr erlebt Und dafür kann ich Massen immer wieder schmetzeln Aha Was hier was denn? Jawoll Was da drin Nix Wirklich Ich denke, dass sie das sie mir erwischen kann Ja, nur eine Pistole und Adrenalin Hast du mir angelassen? Achso, habe ich nicht gesehen Mollo Wo es ist, wo es ist, wo es ist, wo es ist Ja Wo es was Mach ich auch noch Habe ich auch noch Habe ich immer noch Ich halte das schon mal in Reserve Mann, 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 Mann Ich gehe rechts Wow Boah, Cha-Cha, dass du da nicht wegspielen kannst oder so Nein Nö Hunter, Hunter, Hunter Das war klar, ey Ich bin am Nachladen, hab die ganze Zeit draufgezimmern Du kriegst den Kehl Ich hab auch mit draufgezimmern Ja, ja, ja Wunderschwert hier Lade Uah Lade nach Da seid ihr alle Ich wundere mich ganz selten, seid ihr da Ich hatte Probleme mit dem Nachladen Ich leide es gerade auch nach Schau mal so leicht wieder vorangehen Oh, oh Hörst du das? Ja, ich weiß aber nicht, was es ist Warte mal, ich gehe mal aufs Herrenklo, ne Ja Guten Tag Ach Ich kann nicht Das ist so schützt hier gewesen, das wäre einer Und die dumme Kuh schießt auf mich Ich spiele auf den Hey Centos, du leckst so ein bisschen, ne Ja Ja Ja, das gab nicht Wow Ja Internet geworst du, ne Was haben wir denn hier, Div Komm, weiß Mit einem kommt er und Und Nick schießt ihn ab Penny soll, hör auf, soll er nicht spielen Ich nehm schon mit Äh, nimm Haha, ich hab dein Verding mit eingesammelt Gib meine Verbandssack wieder her Wunderbar Ich weiß gar nicht, wie ich das abwerfen kann Keine Ahnung Wie soll ich das wegschmeißen? Moment, ich meine Schaut er mir mal ein Verband und sagst, ich glaub's ja nicht Oh Ja Das war meins Brandmunition Oh Oh Guten Tag, die Damen Da kommt Da kommt Okay Gekehlt Autsch Äh, wo lang Mollo Brechstange Warte mal, ich mach mal eben kurz Licht in der Bude, ne Mach das Hörn Börn 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 Ja, ist klar Wir sind grad hier drin und denn kommen die alle Börn 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 Die kommt grad nicht raus Ja, Börn Was dennads geht so schneller Hä, wo�� Shell, ey? Hey läuft das mal rein, ist die blöd Die Alta Komm mal gleich das ist ja das kann ich wo fs das ist der fetzag ja ich gehe hinten rum wenn man den land von hinten wenn man direkt vorhin steht vor vorstellen so die schießen aber auf dich ja deswegen ja nun wieder hallo aber die blöde sind es ging gehe ich auch schon mal weiter weg immer aber die zombies sind auch nicht schlauer warte mal ich habe eine rohrbombe ich weiß ich habe auch eine ich manchmal meine ja schmeißt du mal deine genau wie die weggeflogen wir leben da hinten ist ein charger bevor er uns erwischt hat sind auch alle drauf geknallt hier war ja klar da von hinten hatte hier ja da kommt direkt auf mich gesprungen ist klar so aber einfacher bohr nick nervt nicht weil gerade wo ich am nachladen war so wir davor ist unsere flage holle ein granatwerfer mittelort hier ist ein warte mal 1 waffen jawohl da geht doch gleich viel besser immer den granatenwerfer lieber mit na ja nimm du mit mir ist das egal die will ich mitnehmen die rohrbombe ja die hier will ich ja jetzt heuer bereits zurück zurück sind nicht er oben drinnen geschaufe nach nach schwindermach ja komm mal hier was da ist eine rohrbombe hatte mal der hat den hand auch noch getroffen ja voll komisch eigentlich das besetzt ja ja mollo turen vorbei ja es war voll auf mich drauf war keine absicht ich weiß gar nicht viel als eigentlich im pack ich halb mich mal eben nur 50 prozent oder so fröhliche weihnachten das wollte auch nicht weit was ist das was nein smoker jungs wieso ist der arsch da oben da oben war lass mal lass mal was willst du denn her machst du denn das nachladen dauert nur voll lange dadurch ich konnte meinen letzten mal auch nicht super benutzen weil du auch mal drauf geschossen hast das eigentlich nur bei dir wenn wir große gegner haben oder massen auch schon wieder boomer kotze so